Heizen kostet Energie. Um Energie zu sparen, verfügen heute praktisch alle Züge über einen Schlummerbetrieb. Wird der Zug in der Nacht abgestellt, wird nur noch minimal für Frostschutz geheizt. Dank der Vernetzung von Fahrzeug und Fahrplan kennen die Züge immer ihren nächsten Einsatz. Damit können sie sich selbstständig aufheizen und es wird verhindert, dass ein Zug beim Rangieren den Schlummerbetrieb deaktiviert. So kann der Zug lang Energie sparen und ist doch rechtzeitig wieder aufgeheizt für maximal zufriedene Kunden. Dank dieser Massnahmen wird jährlich der Strombedarf von rund 15.000 Haushalten eingespart. Untertitelung des ZDF für funk, 2017